Prappadha Svanasana ist der Hund auf Zehenspitzen. Von dem Vierfüßlerstand ausgehen, strecke die Beine aus, so bis dem Hund Svanasana, und dann hebe die Fersen hoch und komme auf die Zehenspitzen. So kannst du den Brustkorb noch stärker nach unten drücken und noch in eine größere Rückbeuge im Hund kommen.